Der einzige was mich ein bisschen stört an der Band ist, dass die scheinbar alle des gehobenen Alters angehören. Aber das muss nicht schlimmer sein. Hallo und willkommen zu Altersdiskriminierung am Arbeitsplatz. Ake, Arzt, danke, ich zeige euch zwei. Er ist ja quasi dein Arbeitsplatz. Das ist das erste Mal, glaube ich, dass wir doppelt sehrig sind, oder? Das weiß ich nicht. Dafür brauchen wir mehr Mineralien. Das kriegt mir zwei. Aber es ist gesehen, die waren sogar so schlecht aufgestellt, dass da der Pilot, der dahin geflogen hat, noch mit musste. Schorschach, danke. Dafür brauchen wir mehr Mineralien. Dramatisches Orchester. Ich glaube, das sind die und Bärt aus Monaco. Oh, das ist schlimm. Das ist schon jetzt richtig schlimm. Ich dachte kurz, die teilt sich ein Mikrofon. Nein, sie hat doch eins in der Hand. Aber sie ist da entzeilen sich eine Frisur. Wir brauchen ja, ein Friseur wahrscheinlich. Uns fehlen Mineralien. Geht nicht. Kein Zebra. Alle Tebe. Wir brauchen mehr Mineralien. Le Toujour. Ist das Frankreich? Ein Monaco. Mistere Dewebe. Das ist grüß. Grütte Bab. Geht nicht. Dafür brauchen wir mehr Mineralien. Kein Zebra. Was ist gelesen? Wir kriegen Elefanten. Ja, und wir dürfen sie nicht ablehnen, habe ich nur gelesen. Wir kriegen Elefanten. Oh, das wird lustig. Deshalb singt Deutschland ja auch schon in seinem Lied immer mit Dörrö. So habe ich letztes Mal gelandet. Foreshadowing quasi. Da, wie weh. Vor allem habe ich letztes Lied gehört auf Spotify. Da war genau das gleiche Toreo-Sample drin. Das heißt, das ist geklaut. Plagiat. Ja gut, das wird ja irgendein Datenwagen zuhören sein, ne? Das ist ja nichts Besonderes. Da muss man sofort eingreifen, disqualifizieren und Lord of the Lost wieder hinschicken. Wobei die man auch schlussend. Ne, Icke. 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 Doch, Icke. Icke will ich nicht. Dann hätten wir wenigstens mal ein Lied mit vernünftigen Text. Ne, das kann ich ja nicht nochmal nehmen. Das wäre sowieso nicht legal. Aber wie gesagt, wir haben es ja... Lalalalalala... Er hat uns da ja alle lustig gemacht, aber schlechter als Lord of the Lost hätte er auch nicht abgeschlitten. Er hätte uns noch viel mehr lächerlich machen können. Aber wahrscheinlich mehr Punkte gemacht. Ja, das glaube ich nicht. Ich glaube schon. Nein, das ist das Falsche. Nein, wir brauchen mehr Mineralien. Geht recht, da war uns mehr Mineralien. Geht recht, da war uns mehr Mineralien. Uns fehlen Mineralien. Wir brauchen mehr Mineralien. Boah, ist das ein schlimmes Lied. Ich muss doch nicht in den Hinfahren. Ja, was machen sie? Wir brauchen mehr Mineralien. Ja, wir brauchen mehr Mineralien. Warum fahren jetzt alle da nach unten? Ah, Nacho geht recht. Dafür brauchen wir mehr Mineralien. Dafür brauchen wir mehr Overlord. Weiß irgendwas. Wir brauchen mehr Overlord. Ich werde die kennen in der Ecoline. Das ist unfair. Fenix ist doch wieder nach Hause geflogen. Er hat eine frühe Twilight Council. Ich habe das Gefühl, wir bräuchten ein bisschen... Dafür reicht die Energie. Ich bin einhalten, meinst du. Die tickt schon ja auch. Uns fehlen Mineralien. Ich würde mich auch vorstellen. Da ist der Fenix. So dann halluziierte. Ich glaube, wir sind ja halluziiert. Uns fehlt Energie. Wir brauchen mehr Mineralien. Also ich gehe mal auf Link Baining. Ich habe mir auch schon fertig. Wir sind beide Prodors. Er kann eigentlich auch Roaches. Ja, eigentlich Roaches. Er ging Kohlers. Besser als... Wir brauchen mehr Mineralien. Er kommt doch an, wie gut man ist. Sonst fehlen Mineralien. Also sehr gut. Wir brauchen mehr Mineralien. Jetzt ist es wie... Uff da, Uff da, Uff da, Uff da. Hä? Ich habe mich mehr Dinge gebaut. Ich weiß ja nicht. Ich habe einen Observer gefunden vom Gegner. Aber wir können nicht zu ihm tun. Er hat sich hier positioniert gesiecht. Uns fehlen Mineralien. Dafür reicht die Energie nicht. Ich kann das Bein krollen hinsiechen. Uns fehlt eine neue Kronikin. Dafür reicht die Energie nicht. Ich kann auch mal... Warte mal. Wenn ich irgendwo mal einen finde. Wo sind die denn alle schon wieder? Nee, lass das. Dann weiß er doch, was wir gesehen haben. Lass das. Ach so. Dafür brauchen wir mehr Overlords. Nicht genug von diesen Overlords. Wenn sie das sagen. Ich hätte mit eiskalt da so abgeräumt. Warum genau? Da bin ich überfragt. Uff da, uff da, uff da, uff da. Das ist der Geist der Nacht. Dafür braucht wir mehr Overlords. Dies. Wir brauchen mehr Overlords dafür. Wie und warum genau? Da bin ich überfragt. Geet change. Nicht genug von diesen Overlords. Mein Gott, wann sind denn die Overlords endlich da? Das ist doch doof. Uns fehlt Energie. Das ist elf. Dafür reicht die Energie. Ich glaube, er greift nicht jetzt an, weil jetzt habe ich nochmal eine letzte Harte Drohnen. Ja, das ist doof. Das ist doof. Oh. Der Stalker hat sich auf den Weg gemacht. Ich weiß aber nicht. Die hatte es schon zweiter Geist übrigens. Zwei Immortals sehe ich beim Gegner. Das ist auch doof. Unsere Truppen werden in die Mangel genommen. Ich habe eine dritte, sehr viele Sellits da. Nochmal ein Keyjag. Mensch, wie viele Keyjags können wir machen in der Lied? Wir brauchen mehr Mineralien. Und so weiter passen sie gleich eine ganze Okkabe höher. Hat ja nur aufgehört, schade. Das Lied heißt die Tonleiter. Das Gefühl, wenn wir beide zerk sind, ist es echt blöd mit den Echsen. Das ist das United Kingdom. Die Evolution ist abgeschlossen. Boah. 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 Gittermei. Uns fehlen Mineralien. Uns fehlen Mineralien. Uns fehlen Mineralien. Dafür reicht die Energie nicht. Ich bin auf dem Weg zu 1.0. Wir brauchen mehr Mineralien. Geht nicht. dafür brauchen wir auch nicht durch sie genau dass sie gerade zehn sekunden angefangen haben das ist der weg hallo der weg fängt am anfang an und hört am ende auch diesen lied von herrheit grün meyer durchfall singen schon mal ein konzert das hast du schon erklärt ich bin immer noch der meinung das war nicht kann nicht absicht gewesen sein dass du den gehören ist wir brauchen mehr mineralien geht nicht dafür brauchen wir mehr mineralien der mineralien cluster gibt nicht uns fehlt energie dafür reicht die energie nicht uns fehlen das zu käse wir brauchen mehr mineralien also 20 sekunden vor fertig relativ viele sind sind das könnte uns noch ein paar probleme machen wenn wir jetzt beide so viele etwas haben aber ja ich habe halt angst wegen ich habe nach dem kurzen plan wegen uns halt gar nichts gegen er ich habe nach dem kurzen plan gehandelt man sieht jetzt die oberleute nicht durch ich brauche jetzt mal ein paar roaches als ufer vor allem wir brauchen mehr overlords dafür wie und warum genau wir brauchen mehr mineralien wo ich bin gemäxt die aus 170 und so schnell zu maximen und dann müssen wir jetzt dringend was unsere gleiche 1575 dafür reicht die energie uns fehlen mineralien aber gleich so weit jetzt aber ich kann werde es mal jetzt 22 und jetzt ja ja wir müssen jetzt jennifer james jacques schon ganz viele kennenz lassen wir eben kurz auf die kennenz gehen da kommt da fokus war ja gerne auf irgendwas was ist eigentlich egal ich glaube storm ist noch nicht durch war eben verloren ja er hat da ich versuche immer zu fokus noch nicht trefft sie mich diese box ist zu klein habe gerade tempest gesehen irgendwo hallo töte doch immer hier wir brauchen mehr mineralien lang siehende sommer dafür müssen wir sammeln es war trotzdem erfolgreich das hat sich anders aber ich denke kein gas weil ich auch kein gas genommen habe gas hast ich würde ist ich habe aber nicht okay ich habe das lange akzeptabel der mineralien cluster gibt nichts mehr her also wenn wir wenn ich 33 habe würde ich sagen dass wir noch mal wir brauchen mehr mineralien eine main müsste eigentlich relativ der seine ganz schön hat uns das jetzt gebracht was wir gemacht haben eigentlich nichts doch wir haben die geräufe seitdem kann das war doch richtig sehr wichtig sehr wichtig dafür brauchen wir mehr mineralien denn das ist mui oder so wir brauchen jennings und jetzt mind aber willst investoren bauen nein so ich jetzt so ich dir sagen so ich will hier nachbau ich meine also ich bin jetzt mein ganz inkommen dich ja ja sag mir wenn du nichts mehr raus da war da ist er wie weit bist du vom exen entfernt neun einheiten und zwei euro ist das doof der hälfte der armee ja ich muss hier auch mein gott da sieht man ja gar nichts auf dieser ramp kaputt gemacht nicht neun nicht sind 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 Untertitelung des ZDF, 2020